Jetzt kommt nun wie versprochen das erste Weihnachtslied, entweder zum Mitsingen oder zum Zuhören, zum Erinnern. Das Jahr galt zu Ende. Ich werde die drei Strophen in den drei Stimmen singen. Also, Tenor, dann Bass 1 und dann Bass 2. So, dass jede Stimme sich einmal hört. Und die anderen Stimmen können, wenn sie es so im Ohr haben, natürlich gerne jeweils mitsingen. Klock 4 Klock 4, die Besseren Klock 4, war der Düste, der Wind weit von Ost Der Luft schmeckt aber nicht nach Schnee Des Totens entschmückt und der Lütz wird verrückt Und der Schipf hat mit einem Baum nach sie Und wenn du so magst, nun ist Weihnacht nicht weit, da war die ganz anderes Tumut. Du denkst, die Bidi wär der Engel für mich, und was wäre das schlecht oder gut? Das Jahr geht, du ent und die Lichter verbrennt, man enthielt sich die Lichter in die. Das Jahr geht, du ent und die Lichter verbrennt, man enthielt sich die Lichter in die. Und könnte in der Obenton blinkt an des Dorf, der lichtete Gorgens so hell. Das geht ist nicht eins, guckte Kinder und Swiss, und sind manch innig groß, war das still. Das Jahr geht, du ent und die Lichter verbrennt, man enthielt sich die Lichter in die. Das Jahr geht, du ent und die Lichter verbrennt, man enthielt sich die Lichter in die. Soweit erst mal. Wer bei YouTube guckt, da gibt es auch eine Einstellung, dass man das Ganze langsamer abspielt. Wer das zu schnell ist und sich vielleicht noch mal an die Töne erinnern möchte und gern üben möchte, der kann ja das Ganze etwas langsamer üben. Guckt mal, ob ihr das findet da in den Einstellungen bei YouTube drin. Bis demnächst. Euer Michael.